Ja, hallo allerseits und, äh, willkommen zurück zu Annas Quest. Sag mal, wo ist der Priester abgeblieben? Äh, äh, wat? Was ist denn da für ein Geist? Sag mal... Was ist mit dem Typen hier kaputt? Ich, äh, äh... Ich glaube, dieses Haus ist ein Geisterhaus. Kann das sein? Ja, Theodor, der Geisterhaus, der Priester. Ja, die Kirche ist sehr schön, Theodor. Haha, indeed it is. But, alas, it isn't mine. I'm simply looking after it, so to speak. And caring for all the people who come seeking the Red Dragon's protection. Oh, the dragon! I was told about a dragon that could fly people to the Glass Mountains. Ah, yes, that she could. However, it's now all so difficult to know. Anyone, who greeted her, as she sat atop the bell tower, would be grounded free passage throughout the land. Some say knowledge of the dragon has been lost to time. Others say that it's all but a myth. I simply stay here to carry on, what she stood for and represented. That is important. With or without her. You see, the dragon stood for something important? Very much so. Her very presence drove the shadows from the land. You see, her scales were the red fire to light the way, and in turn, she protected us from the dark. But, my grandpa told me there's nothing to be scared of in the dark. One time I was scared, but then grandpa laughed because it was just a tree branch scraping on my window. Haha, yes, it is true. Often the dark is nothing but a trickster. Unfortunately, the Lord of Dark revels in such tricks. The... Lord of Dark? Oh, yes, Mephistopheles. He's known for his many names and many geysers. But be not afraid, for thanks to the red dragon, we are all safe. Her presence forced him deep into the earth, you see. His trickery contained. He's been detained. Did you say the dragon would fly people from the bell tower? Where is that? Ja, es ist durch die Tür, hinter dir. Für viele Generationen, die Tür hat sich geöffnet. Für Jahre habe ich versucht, eine Möglichkeit zu öffnen, aber für Jahre hat es sich geöffnet. Dieser Ort war entdeckt für die Liebe der Red Dragon. Ich bin sicher, viele Antworten liegen hier, vor unseren Augen. Ich bin aber ein altes Mann, nicht ein Detektiv. Irgendwann haben mich gewonnen. Oh, ein Detektiv-Mystery. Das klingt irgendwie lustig. Vielleicht kann ich nachher schauen, um Fragen zu können. Aber natürlich. Sei mein Gast, junger Junge. Habt ihr gesagt, dass der Dragon von der Belltower fliegt? Wo ist das? Ja, es ist direkt durch die Tür, hinter dir. Habe ich, seit vielen Generationen, die Tür hat sich geöffnet. Seit Jahren habe ich eine Wünsche geschaut. Die große Fenster sind so, so schön. Ich liebe sie. Oh, ja. Sie sind wirklich wunderschön, nicht wahr? Ich bin ständig auf ihre Schönheit. Sie erinnern den Red Dragon. Sie erinnern den Red Dragon. Sie erinnern den Lord of Dark. Oh, wow. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so etwas passiert ist. Kann ich mich dem Herrn der Finsternis anschließen? Das dürfte doch spaßig sein, wenn ich mit dem so ein paar Sachen mache, oder? Ich meine, äh... Ne? Was heißt mit dem lebhaften Gemälde auf sich? Welches lebhafte? Äh... Was heißt mit dem lebhaften? Was ist mit dem ruhigen Gemälde? Mit dem Mann im Portet? Kannst du mir was über das traurige Bild sagen? Was ist das traurige Bild? Was ist mit dem lebhafte? Mit dem lebhaften Gemälde? Das war in den Tagen vor Magik, als die Schmerz und der Chaos die Lande gebrochen waren. Die großen Macht waren an Widerstand. Niemand konnte Ordnung halten. Was ist das syrenes Gemälde? Sie sieht ziemlich bemerksam. Ah, ja, das zweite Schild. Das war eine momentöse Zeit, als die ersten Hexen von Wunderhorn zur Macht rufen. Durch ihre Demonstrationen von benignerem Sorcerie enthalten sie Schild und haben Frieden und Ordnung gebracht. Wer ist der Mann in dem Porträt dort? Philipp Vogt, a direct descendant of the Great Witches and a crucial part of Wunderhorn's history. It was Philipp who created the most powerful of spells. He summoned a dragon to banish the dark. It is said he built a shrine deep within a glade in Wunderhorn's woods in order to cast it there. This spell was of such power it cost him his own life. As he summoned the red dragon, he perished to save us all. Oh, wow. What a brave selfless man. A shrine deep in Wunderhorn's woods, huh? I wonder if I'm able to find that at all. Wait a second. I know where I've seen him before. I have a picture of him. Here, see? It looks just like him, don't you think? By the stars. I think you're right, young one. Where did you find this? Uh, it's a long story, but I found it in the witch's house. Hmm, how curious. And the girl here, it must be... It's Philipp's daughter, Queen Yanaki. This girl is the queen? We don't really know much about kings and queens out on my farm. Indeed, it is her. As a child, of course. Sadly, though, about a year ago, she just vanished. No one knows how or why. Yet another somber, unsolved mystery, I'm afraid. Can you tell me about the sad looking painting on the right? Yes, a sad painting indeed. A woman banishing a child for an unforgivable sin. The woman was said to be a great witch of Wunderhorn. And the girl? Her very own daughter. Little is known of it, but the painting is said to have been made by a mute child, who witnessed the tragic scene. Geez, this is too sad. Let's talk about something else. Thanks for your help, Theodore. I better get going. Of course, young one. The stars be with you. Oh. Okay. Ich kann hier irgendwas spielen, aber ich glaube, da fehlt mir die Info. Da muss ich wohl erstmal ein Notenblatt oder sowas suchen, schätze ich mal. Da ist nur ein Fenster, da kann ich mir die Bilder angucken. Da sind ein paar Kerzen. Kann ich hier irgendwo anders hin noch? Warte mal. Hm. 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 Es scheint, diese Tür ist ein bisschen sturdier als die, die ich vorhin habe. Ah, hallo. Oh, goody. A little girl. Did you not read the sign? No, of course you didn't. Look at that music box. That's not just a music box. That's an heirloom of the great Viennese dancer. Look at that puppy. Oh, that's so cute. Ah. Really. Is it any wonder I don't like kids in here? That, my dear child, is the exquisite craftsmanship of the late madame. Look at that monkey. Yeah. Ah. He's playing cymbals. Oh my gosh. So, so cute. Your store has so many cute things, mister. Hm, yes. Whatever you say. You don't seem to be leaving, so... Go ahead, look around. Then be off with you. You can't afford anything anyway. Es gibt's hier irgendwelche Bonbons. Da hab' ich jetzt irgendwie gar nicht so drauf geachtet. Ähm... Was ist das da hinten? Das war ein Bonbon! Yeah! Der war aber gut versteckt. Jetzt gibt's aber, glaub' ich, nichts weiteres an Bonbons, oder? Ne, ich glaub nicht. Ähm... Ja, was war's? Was gibt's denn hier? Ich rede mal mit dir? Entschuldigung, Sir... Hast du ... Nein. Aber die ... Bitte, keine Ahnung, mehr reden. Beide mit deinem Eing an und lass mich Nummer was. Oh, okay, dann. Entschuldigung, Herr. Wie viel ist das? Viel zu viel. Wie alles andere hier. Hm, das ist nicht sehr hilfreich. Entschuldigung, Herr. Wie viel ist das? Viel zu viel. Wie alles andere hier. Hm, das ist nicht sehr hilfreich. Warte mal. Ich hab doch einen Diamanten. Na, Witze haben. Was kann ich mit diesem? Das ist... Wo hast du... Ich meine... Oh, ein schildes Rock. Nein, schuldig. Es ist ein Diamant. Diese sind ein bisschen wertvoll, nicht wahr? Oh, ja, wie schuldig von mir. Ich bin nicht so sicher, dass sie so viel wertvoll sind, wirklich. Ja, klar. Oh... Ja. Was ist das? Nichts anderes? At all? Take it or leave it. My final offer. Well, I guess it is more useful than a little stone. Alright, it's a deal. Hey, wait a second. This is broken. It's an antique, you little brat. What do you expect? Nothing lasts forever. Oh, yeah. I guess that's fair enough. Thank you for the trade, mister. Just get out of here. Excuse me, mister. How much is this? Much too much. Like everything else in here. Hmm. That's not very helpful. Such odd, dusty, dirty clothes. Must be a strange kind of fellow to wear something like that. Aw, he is a cute one. But... Also a little crazy looking. Oh, I always wanted to see a clown. This hat looks a bit rough too. Must have been a clown that traveled a lot. Yeah. Yeah, good möglich. Na ja, ich geh mal wieder raus mit meiner kaputten Laterne hier, ey. Was mach ich mit dieser dämlichen kaputten Laterne? Ich hab hier nur noch kaputte Sachen. Zerrissenes Bettlaken, kaputte Laterne, ne Wäscheleine. Hm. Toll. Na ja, geh ich mal ab zur Mühle. Vielleicht ist ja da was Nettes zu tun. Ich sehe irgendwo ein Bonbon. Bonbon, 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 bonbon. Bonbon, 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 bonbon. Ich sehe hier kein Bonbon. Ne, ich sehe leider keins. Ne? Ne. Ne, hier ist keins. H-hello? Ist jemand home? Es scheint sehr... ...quiet. Ich bin nicht sicher, dass jemand nach Hause ist. Ein großartiges, schönes Wasser. Es scheint sehr... ...quiet. Ich bin nicht sicher, dass jemand nach Hause ist. Ein großartiges, schönes Wasser. Es scheint sehr... Hm. Ja, dann kann ich wieder wo gehen, ne? Dann gehe ich mal... Ach, warte mal, da ist eine Luke. Mal gucken, vielleicht kann ich über die Luke irgendwie rein? ...lockt. Super! Wer verschließt denn eine Luke? Oder irgendwie damit? Egal, eine schöne Wetterkarte. Es scheint sehr... ...äh. Dann halt mit der Telekinese irgendwie was. Nein. Das funktioniert nicht. Wie solltest du versuchen, den Zivilen zu kommen, ... und knacken auf die fronten Tür. Hm. Hm. Ist sonst nichts zu machen, ne? Nee. Hm? Hm? Ah, gee. Ich habe gerade wieder zurückgekommen. Es ist wie ein Maze in da. Ich werde eine Karte oder jemanden brauchen, ... um mich zu helfen, ... wenn ich etwas da finden möchte. Ah, super. Ich habe das Gefühl, die Karte wird dann da drin sein, oder? Hm. Dann gehe ich mal wieder zurück. Wom hat das Doppelklick nicht funktioniert? Hm, komisch. Hier ist nichts, da ist... Wieso kann ich in das Dorf anquasseln? Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Mit meinem Teddybär. Mit meinem Teddybär. Ich tue doch nichts. Ich bin zwar... Ich habe zwar komische Kräfte, aber... ... damit mache ich nichts. Ehrlich. Geht's hier irgendwo weiter, hier hinten? Äh. Ne. Leider nicht. Hier kann ich, glaube ich, auch nichts mehr abnehmen. Oder warte mal. Äh. Hä? Ach so, das ist die Kirche. Äh. Zum Waldpfad kann ich auch jetzt irgendwie... Ich glaube, da ist nicht wirklich was. Warte mal, kann ich mir meine Lateine reparieren? Hallo? Ist jemand da drin? Hä? Entschuldigung? Ich habe nur gesagt, hallo. Ich wusste, ob ich dich über ein paar Dinge fragen könnte. Äh. Ich habe zu viel Arbeit, wie es ist. Entschuldigung. Du musst später zurückkommen. Oh. Okay, dann. Hier ist, glaube ich, nicht wirklich was zu tun, oder? Nee. Ich gehe zwar jetzt mal weiter nach links, aber hier ist, glaube ich, nichts. Weiß. Gebüsch. Ach, der Fuchs. Ähm. Naja. Stimmt, die Verkleidung kommt mir wirklich komisch vor. Eine kleine Benz-Diskuss. Sieht mir ein bisschen anders aus. Es gibt viele Situationen, für welche viele Lösungen sind. Es ist nur ein Thema, dass ich vorbereitet habe. Ist das nicht? Ich glaube, so. Welche Situationen könnte ein Fuchs vielleicht haben? Oh. Mein Lieber, du hast keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ein Wunder, wie ich das mache. Ich habe gelernt, wie Sie adaptieren. Adaptieren ist wichtig, mein Lieber. Du wirst es gut wissen. Hm. Stimmt schon irgendwie. Ich sollte wahrscheinlich jetzt gehen. Sehr gut, mein Lieber. Ich werde dich bald genug sehen, ich bin sicher. Ja. Ist eine strange Sache zu sagen. Ich wundere, was ihm so sicher macht. Weil mir seine Stimme bekannt vorkommt. Deshalb. Super, was mache ich denn jetzt dann hier? Dann, 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 hm. Vielleicht irgendwas noch in der Schenkel dann vielleicht machen? Irgendwas... Oh, was ist das denn? Hallo wieder, Sir. Guten Abend wieder, Little Miss. Hast du den Wieser Freund von dir gefunden? Ich habe ja! Er... 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 Sie... Wieser Valentin war in der Allie, so danke dir. Aye. Na... Nun... Du siehst... nun... Ich muss eine gange hinter dem Laufen irgendwoher. Der Laufen wohnt neben dem Laufen. Der Laufen wohnt dahinter von dieser Tavern. Dann nach dem, das ... ... ist dem, der Woods. Great! Okay, dann. Danke wieder! Oh, danke! Ahn... Sorry? Sie sagen, zu stehern, Little Miss. Nicht so hastig. Wirklich? All of that? Do you really hear what he's saying? Because to me... Aye, those there was. Protected by old magic they are. Folk's going out there. They need themselves a good guy, see? The blacksmith. He's one, but he's been away a while now. And then there's this fellow Gil, winning his lips here. Oh, I see. Then, hello there, sir. Hmm. Working hours up for Gil today, though. And now he's started at the bar. Well, so long as there's beer for him, he ain't going nowhere. But this is a tavern. He must have a lifetime of beer. Aye. Mmm. Ugh. Tja, ich schätze mal, der Typ wird so lange saufen, bis die Leber versagt. Was ist denn eigentlich mit dir? Gottfried. Excuse me, Sir. Huh? Are... Are you okay? No. It's too late. Too late. Krass. If you had any sense about you, girl, you'd leave this cursed village. Wie? Warum? Was ist denn mit dir? Wie? Warum? I hate seeing people looking so sad. I hope I can help him somehow. Sir? Is everything okay? Why are you sad? Leave me, B-Girl. Can a man just drink away his woes and peace? Oh, dear. Hi. I... I'm sorry, Sir. Maybe not here. I should try my power for something else, I think. No way. Aha, I'm getting good at this. All that practice is really paying off now. Hey, so... Gil looks kind of like he needs another drink there. Gil will make sure I know when he needs another drink. Oh, I see what you did there. Trying to play the old pipe switch joke, eh? Oh, who? Me? No. All right, all right, you had your fun. Out with you, so I can fix your mess now. Okay, so he's not falling for just switching the pipes for water. I think I'm on to something by switching the pipes, though. I should think this through more carefully. Hmm, that's an interesting idea. I could move the pipe so something else is supplied to the fountain. Only... There's nothing here to switch this pipe with. Maybe something inside the tavern, though. Maybe I can just drain all the beer. That will get Gil moving. Hmm... Huh? I couldn't move then. Um... Excuse me, Sir. I was just, you know, feeling a bit curious about your taps there. Is there some kind of lock on them? Or something? All right. Stop all those running times trying to steal my beer when I'm unaware it's like. Special kind of lock. Only I can unlock when I go to pool. See? Oh, rats. That won't work. No, that doesn't work. Oh, hi. I'm feeling good at this. All that practice is really paying off now. Hmm... Hmm... No... I shouldn't be able to use it on that. Oh well... You're much too hot to carry around with me. Ist doch egal! Einfach mitnehmen, dann wird der Genese hier nicht funktionieren. Ja, diese sind perfekt für dich, kleiner Junge. Es wäre wohl schön, etwas dragenfreundliches Essen zu haben, nach all diesen Bergen. Wenn etwas schwer zu finden wäre, hat Grandpa immer gesagt... Oh, Anna, du könntest auch versuchen, einen Niedel in einem Heistack zu finden. Wäre es nicht lustig, wenn ich eigentlich... Oh, warte mal! Da geht's! Nicht so schwer zu finden, Grandpa! Für was brauche ich einen Nagel? Eine gute Idee! Aber ich brauche auch die Wäschleine, um die Schere zu verabschieden. Oh, eine schöne Idee! Aber die Kleine ist zu tief, um die Wäschleine zu verabschieden. Äh, nein. Ich glaube, das wird nicht helfen. Interessiert in diesem kleinen Mann? Nein? Nein, ich bin nicht interessiert. Nein, meine Telekinesis hier nicht funktionieren. Entschuldigung, Herr, hast du... Nein! Aber ich... Bitte, keine Ahnung mehr zu sprechen. Nur fertig mit deinem Schenken und lass mich sein. Oh, okay, dann. Entschuldigung, Herr, wie viel ist das? Viel zu viel. Wie alles andere hier. Hm, das ist nicht sehr hilfreich. Oh, es ist wie eine Magistische-Hut. Ich weiß nicht, ob es einen Schenken gibt. Entschuldigung, Herr, wie viel ist das? Viel zu viel. Wie alles andere hier. Hm, das ist nicht sehr hilfreich. Entschuldigung, Herr, wie viel ist das? Viel zu viel. Ah, okay. Kann ich die vielleicht kaputt machen? Willst du einen Drachen haben? Sollst du den Typ mir auch anzünden. Sollst du den Typ mir auch anzünden? Oder hier. Was kann ich mit diesem? Nichts. Es ist nicht hilfreich. Oh, okay. Ich wollte es trotzdem nicht geben. Keine Ahnung. Es ist nicht für Verhandlung. Tausch mal später vorbei. Aber für's Erste mache ich jetzt erst mal Ende. Geben zur Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.